Ah, also eins würde ich noch spielen, auf jeden Fall. Ja, eins wäre ich noch dabei. Let's go. Boah, Brandy boy, I don't want to play this guy. Elise, always feels kind of bad. No, we're just gonna play Brandy. I haven't played Kayle in a hot minute. Ja, ich hab Brand... Ich glaub, ich hab Brand einmal gespielt und dann nie wieder. Weil ich festgestellt hab, dass der Champion dumm ist. Ist du ja. Oh, I guess I just go Leandries and then Demonic and hope I hit... All that good stuff. ...hope I hit some stuff. Because I don't know if I'm gonna ever hit Brand stuff. Especially against that team. Oh, great. That's awesome. I'm gonna have a lot of fun this game. Yeah, you actually might have. Okay, was makes one by Brandy? Ähm... E oder W? Tristan. Und, äh... W ist... W, glaub ich, dieses Feld, was dann explodiert. Ja, okay, dann ist die... Ich glaub, das magst du als erstes. Und dann, I guess, die W und dann... Das ist am einfachsten zu treffen. Und ich glaub, danach... ...die E, tatsächlich. Die W, meinst du? Und Q ist ja nur der Stun, ne? Genau. Okay, this... Yeah, I can't do shit. I'm still mealy. Okay. Okay. Was Brandy coming in hot? You got a joke, right? Na, Heimer im Gebüsch. Wechs auch im Gebüsch, natürlich. Ich weiß an manchen Stellen nicht, warum wir das fighten. Ein Timer hat zwei Kills, das ist doppelt nicht gut. Hahaha. Oh, er hat jetzt da einen... No way. No way. Cannon. Ne, ne, ich hab... Äh, nicht die Kennen gesniped, äh, gestunnt, sondern einen Heimer. Ich hab einen Heimer gekillt. Gestunt ihn under turret. Very nice. I guess that's all, was I gonna do this game. Stunning people under turret. Holy. Yeah, like... Fucking... Fucking stun them under turret. Okay. Amu. Echt, der Gegner hat hier Sicht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Die müssen halt vorher gebrennen. Ja, ja, das ist mir schon klar. Aber, like, ich benutze einfach die E und vielleicht mal ab und zu die W zum Brennen zu bringen. Ich bin ranged, Leute. Ich hab Ult. I can play now. Was? Ich presse einfach Ult auf den nächstbesten Gegner in den Fight und... Okay, meine Ult war vielleicht ein bisschen useless, aber das ist okay. Wir haben hier tausend Vinyens, die sterben gegen Vinyens. Ja, Heimerkens are still strong early game. Yeah, they are. Puh. Why? I don't know. I guess he had no HP anyway. Ernst? Ja, wenn ich Ult gehabt hätte, wäre es vielleicht sogar witzig gewesen, aber... Flammen reinigen. Ja, ich bin... Ja. 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 Und jetzt wird's... Ja. Ja. Tausenden bin ich reiß. Ja. 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 Aber die sprüche immer noch gut. Die ... Alles muss untergehen. Auf deinen Platz. Braves Mädchen. Oh, no. Nice, Ulti. Get a heal, just get it. And heal me, of course. I don't know, what was he doing? Oh, I didn't... Oh, wait, my Brandy damage is still enough. Wait, he got a kill? No, I didn't. How did... I didn't. No, the trundle got a kill. I don't know how he got a kill. Oh, I don't know. Okay, that was fun. Okay, I guess Brandy is fun. Oh, what? Okay. That was some weird interaction. Oh, okay, Vex got me and then I was voli-barred. That sucks. Zack, 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 zack. Oh, shit. Diss. Aber der Prowler ist glaubwoli im Busch. Naja, ich hab immerhin den 1 zurückgekriegt, den 1-Cail. Ich bin Level 11, 2 Items. Let's go. Ich bin wirklich stark. Wie war's trotzdem? Lauf nicht in die Heimat, keine Ahnung. Oh, Wuli-Bär, ey. Wuli ist jetzt immer noch im Gebüsch. Just saying. Oder nicht. Wuli-Bär, ey. Wuli-Bär, ey. Wuli-Bär, ey. Wow. Okay, just, just stay, oh no, well, yeah, no, 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 Oh no, Corki, you trolled it, Corki trolled it. Ah, he tried to make it worse, but, yeah, but, that wasn't worse, as, as, well, if you're alive, like, oh wait, I'm Humu getting the kills, what, the charm, the charm, the charm countered is a fucking bandage, it's so dumb, it's the dumbest, yeah, I mean, yeah, I guess, he's not unstoppable, yeah, still dumb, oh, come on, wow, wow, ouch, I'm bad, no, oh, ich brauche, weißt, was ich brauche auf Brandy, einfach Warmorgs, haha, er kannst du gehen, so würde du mich aus, ja, war, like, so, ah, Brandy has no heals, like, for allem nerfen, die are healing, and sustain, generell, like, immer right, completely, oh, wait, I got a kill, nevermind, okay, somehow we won this fight, I don't know, I, just, don't know, Two and a half, I didn't care, of course we win the fight, okay, sure, sure, Trishan, sure, we won the fight because of you, yes, we did, yeah, I, I just was not sure if we won the fight or not, Oh boy, bin ich schnell genug, oder? Oh, was gesagt, ey, ja, daheim, du der End Wah-o-oh-oh. Okay, that should be game, right? Ja, that's game. GG's. Wait. Außer Heimer, außer Heimer outplayt euch jetzt. Heimer outplayt euch wirklich. Okay, nevermind. Heimer, Heimer hat lang, lang, hat euch lange outplayt mit den Cannons, aber nicht lang genug. GG's, we won... He was just level 16. Didn't even get too late game. Yeah, we won the game pretty fast. Und ich hatte... Naja, ich hatte am Anfang... Oh, ich hab ne S gemacht. Das heißt vielleicht, ich krieg ne Truhe. Let's go, danke schön, Tristan. Weil ich Brand Boy nie spiele eigentlich. Ich besitze ihn schon seit Ewigkeiten, aber ich hab... Ich hab ihn ganz am Anfang mal gespielt und dachte mir so... Ne, Brand ist scheiße. I guess he's not. Like, weil ich... Trotz, dass ich... Ich hab in einem Ultra Late Game Champion im Early Game am meisten damit gemacht im Team. Ja, aber guck mal, ich hab... Ich hab... Ich war schon sehr nah dran, Tristan. Ich war schon sehr nah dran. Sehr nah mit deinem... Dreimal Liandry. Hast du nicht genügend damage gemacht. Und nicht so outdamagen, Julian. Ja, aber ich werd auch Late Game erst strong durch Liandry's. Ja. Weil da die Gegner mehr HP haben, Tristan. Yeah, I guess. Like, ein viel größerer Volibear stirbt da trotzdem genauso schnell durch Liandry's. Und verliert dadurch aber mehr HP, als wie wir das im Early Game tun. Ja, ja. Reden wir nur. Außerdem, Tristan, der Gegner Heimer hat bewiesen, Heimer ist der beste Champion von den allen Champs hier gewesen. Ja, ich meine, so ein Damage-Match steigt einfach. Alles hat fast nochmal... Weil da haben wir nochmal 10.000 Damage mehr wie ich. Und er hat ja noch nicht mal Dämonic gebaut, Tristan. Echt so. Ja, der hat ja einfach Early Liandry und dann gutes Cannon-Placement. Der Amumu ist immer reingegangen, deshalb. Ja, Amumu ist halt immer reingegangen. In drei Cannons. In drei Cannons. Plus Ult von Heimer. Warum auch nicht. Kann man ja mal machen. GG's. Das ist einmal in dem Game passiert und ich bin so geschmolzen. Einmal in Heimer-Cannon. Ich ging zwei oder drei Cannons und eine davon eine Ulti. Und dann war ich einfach sofort tot. War nicht mehr feierlich. Ja, ich dachte mir immer so zwischendrin, oh, warum geht man ja die Spielbarung? Achso, das ist ein Heimer-Cannon. Die attackt mich noch. Aber zum Glück hat mich Heimer, glaube ich, nicht einmal gekillt. Obwohl, vielleicht einmal. Ich bin mir nicht sicher. GG's. Auf jeden Fall. GG's. Early Game Kill strong. I guess. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Untertitelung des ZDF, 2020